Hi meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Bei mir ist es eine ziemlich lange Weile her. Ich weiß, das tut mir unfassbar leid, wer meine anderen Videos schaut, weiß, dass ich sehr lange ziemlich krank war, könnte man sagen. Also es ging mir gar nicht gut und ich lag jetzt eigentlich die letzten vier Wochen komplett flach. Genau und deshalb kam auch so lange nichts mehr. Es hat lange gedauert, bis ich mich wieder fähig gefühlt habe aufzunehmen. Ich kann mich an die letzte Folge auch kaum noch erinnern. Ich habe sie jetzt auch nicht geguckt. So ungefähr weiß ich noch, wie meine Stadt aufgebaut ist. Die Pläne weiß ich auch noch so halb. Ah, krass. Ähm, hatte ich noch gar nicht gesehen. Das sieht dann aus wie ein Bahnhof. Ist das ein Bahnhof? Was ist denn das hier? War das schon da? Cool. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie ist die Musik, äh, aus. Ach ja, die Musik war aus. Deshalb, hier brennt es schon wieder. Bei mir brennt es auch andauernd, ne? Ich hoffe, die Feuerwehr ist gleich vor Ort. Ja, da kommen sie schon. Oh, die sind aber nicht so schnell unterwegs hier. Hier ist ein Notarzt. Förderpatienten zur Behandlung. Ja, ansonsten haben wir hier schon ganz schön viel, ähm, an Wohngebieten. Das ist ja durch die Modifikation, äh, ohnehin ein bisschen anders als normalerweise. Ähm, ja, richtig cool, wie sich das entwickelt auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und, ähm, jetzt mal, haben wir hier schon, ja, nee, hier haben wir noch keine ausgewiesen. Was habe ich denn hier gebaut? Ein Friedhof und ein Spielplatz. Ach ja, ja, ich erinnere mich. Ich wusste nicht, ob das vielleicht makaber ist. Aber, gut. Die Toten stört es ja nicht. Äh, genau. Also, hier sieht es noch gut aus. Wir werden das hier mal beschleunigen. Geldtechnisch sieht es auch sehr gut aus. Also, beziehungsweise verdienen wir sehr viel. Wir haben aber nicht sehr viel. Ähm, ansonsten, hier fehlen Arbeiter. Ich weiß jetzt nicht, die Stromversorgung ist noch ganz okay. Die Wasserversorgung ist auch sehr gut. Müll ist auch gut. Gesundheit ist nicht so gut. Da brauchen wir wohl den einen oder anderen Arzt. Den würde ich vielleicht auch gleich mal noch hier hin bauen. Neben, neben den Friedhof. Nee, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Aber wir bauen den Arzt einfach mal hier hin, eine Straße weiter. Ist aber auch immer noch nicht ganz ausreichend. Sollen wir da hinten noch irgendwo, oder wo platzieren wir denn hier noch einen? Hier dazwischen vielleicht noch. Ich weiß nicht. Hier ein Haus einfach weg. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Feuersicherheit, joa. Joa, wie man es nimmt, ne? Also, könnte auch besser sein. Ich würde tatsächlich auch hier noch gerne Feuerwehr dann hinhaben. dass das alles ein bisschen, ja, dass das alles ein bisschen abgedeckt ist. Auch hier hinten müsste eigentlich noch einen hin. Da ist es mit den Plätzen auch etwas schwierig. Da würde ich das Haus hier einfach entsorgen. Ja, dann ist es nicht mehr ganz so, so rot hier. Die, äh, Polizeiabdeckung ist sehr gut. Niedrige Kriminalitätsrate. Schule, joa. Oberschule könnte besser sein. Uni, glaube ich, haben wir noch gar nicht. Wir können uns auch gar keine Oberschule mehr leisten. Also, das ist hinfällig. Aber wir brauchen, naja, wir brauchen auch mehr Strom. Na toll. Dann arbeiten wir hier. Womit arbeiten wir denn hier? Macht das hier Sinn? Eine Windturbine. Wenn sie zur Platte und auf Wassergebieten bauen. Wenn wir das mal versuchen. Einfach direkt hier hinbauen. Ja, macht ein bisschen was aus. Reicht jetzt auch erstmal, aber ist jetzt nicht so der Burner. Na gut. Dann bauen wir doch hier nochmal ein paar Wohngebiete, wenn die so dringend benötigt werden. Oder? Hier geht's nicht. Wahrscheinlich wegen dem Abhang hier, aber das ist auch egal. Vielleicht bauen wir dann hier einfach ein paar Bäume hin. Wo noch Platz ist. Es regnet und regnet und regnet. In Springdale. Was haben wir denn hier noch? Parks, ja. Auch immer sehr beliebt so. Naturschutzgebietweg mit Dekorationen. Dekorationen, Naturschutzgebiet. Ja, das klingt schon. Dekorationen, Parkzaun. Ja, das sind diese Wintersachen. Ganz cool. Es gibt ja hier wirklich eine Menge. Oh, die sind ja süß. Spinnerad. Es gibt ja unglaublich viel. Eine Miethütte. Das ist ja auch cool. Das ist ja echt, das ist ja, wäre schon cool so irgendwo. Liebtheit hoch. Aber die ist halt, also die wäre halt gut so ein bisschen abgelegen von allem. Oder? Und nicht unbedingt. Macht es Sinn, das dahin dann zu bauen? Oder? Ein Hostel. Budget Hotel. Okay, also es gibt hier schon. Vielleicht wäre ein Hostel echt eine coole Idee. Irgendwo, wo es vielleicht auch Sinn macht. Hier. Meinetwegen. Gucken wir mal, was das bedeutet. Geliebtheitswertung als Sightseeing-Ort. Ein Hostel als Sightseeing-Ort. Okay. Shopping-Ort. Das ist jetzt nicht so. Ja, wir gucken mal, ne? Fassen Sie Ihre Hotelkette an. Aha, cool. Haha. Das ist ja mal, das ist ja mal cool, oder? Das ist cool. Aber die würde ich dann gerne in grün. Die finde ich gut. Ja, Hostel, ja, cool. Haben wir doch einige Gäste, ne? Gesamtgewinn, ja. Ja. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich will, ja. Ich kenne mich damit ja noch so gar nicht aus. Also damit habe ich ja noch gar nicht gespielt. Das ist eines der neuen Dinge, die ich mir noch geholt hatte. Ich finde ja hier dieses Ende nicht ganz so super, ne? Da wäre vielleicht auch so ein Fußweg oder ein Radweg schön. Was ist hier los? Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Shopping-Shop. Was ist denn hier los? Nicht genügend Käufer für Produkte. Wie kann denn das sein? Mehr Gewerbegebiete. Ja, aber die Nachfrage ist noch gar nicht so hoch. Können wir hier noch Gewerbegebiete machen? Ich weiß nicht. Schadet vielleicht nicht so ein bisschen in der Nähe von allem. Und dann vielleicht auch hier nochmal alles abgrenzen. Schadet auch nicht. Dann sollte das Problem bald behoben sein. Was haben wir denn hier für einzigartige Gebäude? Nicht so besonders viel. Ich freue mich total auf die Börse. Das ist ja meins. Das mag ich gern. Damit habe ich ein bisschen schon gespielt. Jetzt noch nicht so viel. Ähm. Oh ja. Aber das finde ich richtig cool. Das macht mir schon echt Spaß. Ein winziger Park. Das ist wirklich so ein winziger, winziger Park. Sollen wir da einen Park hinbauen, bevor da ein Gebäude kommt? Da hätten wir auch einen großen hinbauen können. Aber, aber, aber. Ein Teichpark ist auch sehr schön. Oh, der ist, der ist mal groß, ne? Kann man den nicht? Ich würde den gerne an die Straße anbauen. Ja, geht nicht. Geht nicht. Der ist zu groß. Da haben wir keinen Platz. Aber der vielleicht hier. Ich gebe einfach immer viel zu viel Geld aus, Leute. Ich habe noch gar kein Geld und gebe schon wieder ganz viel. Upsi. Entschuldigt. Vergessen. Vergessen, mein Handy auf lautlos zu machen. Wir sind eine geschäftige Kleinstadt. Dann haben wir, wir haben neue Richtlinien für die Stadtplanung. Einzigartige Gebäude haben wir ein paar. Seizing Bust von Kuhl. Was das schon Sinn macht, weiß ich nicht. Eine neue Spezialisierung für Industrie und Gewerbe. Einmal Ölindustrie und Tourismus. Kostenloser Nahverkehr. Ach so, das sind die ganzen Richtlinien. Ja, die können wir uns dann mal angucken. Neue Straßen. Das ist auch gut. Ganz viele neue Straßen sogar. Dann haben wir Krankenhaus, Feuerwehrhaus, Entropengarten, Polizei, Hauptquartier, Ölkraftwerk, Angelsteg, Schneemobilstrecke, Eishockeyfeld. Cool. Lagerhaus, Busbahnhof, Tschetskyverleih. Skateboardpark. Cool. Gefällt mir auch sehr gut. Pumpendienst, Wetterer, da ist auch cool. Ah ja, das ist für die Feuerwehr. Tsunami. Weiß ich nicht, ob wir sowas brauchen, um ehrlich zu sein. Ja, cool. Kleiner Busbahnhof. Schön. Äh, ja, Geld haben wir wieder ein bisschen mehr. Ich würde vielleicht noch nicht gleich. Eine Menge bauen, was ich, aber so ein Feuerwehrhaus würde ich gut finden. Ähm, und tatsächlich aber auch mehr in die Richtung hier. Eine Hauptstraße wäre auch gut. Ich weiß nicht, ob wir hier die kleinen Straßen lassen sollen oder lieber größere bauen sollen. Das macht uns dann natürlich Probleme. Wie sieht denn die, ähm, Stau-Thematik aus? Ja, das, das dachte ich, da wären, äh, größere, größere Straßen wohl etwas besser. Gucken wir mal. Sechsspurige Straße mit dekorativen Bäumen. Würde es auch mit Straßenbahngleisen geben. Ich denke, wir sollten vielleicht dann gleich sieb bauen. Siebenspurige. Ähm, ich mag das sehr gerne. Ich weiß, dass das auch eine Menge kostet. Mal gucken, ob wir hier überhaupt alles, ähm, ändern können. Sieht so aus. Das dürfte doch hier gar nicht gehen, oder? Ich glaube, da muss ich umbauen. Das ein oder andere, ähm, anpassen. Achso, ja, das sieht eh doof aus mit der Birke, finde ich. Das lassen wir dann mal so stehen hier. Und ich möchte aber hier gerne... Ich finde hier, eigentlich würde ich eine Einbahnstraße besser finden. Die gibt es aber natürlich nicht. Ich würde es aber tatsächlich trotzdem so lassen. Und... Aus welchem Grund... Wieso? Ah, okay. Okay, okay. Ähm. Und die hier muss ich mir angucken, weil die sind nicht ganz... Nicht so ganz, wie sie sein sollten, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, das... Macht das was bei der Funktionalität dann? Ich hoffe nicht. Sieht vielleicht ein bisschen doof aus, wenn das alles so... Wo war denn noch was? Hier war doch noch irgendwo was, wo... Ah, ja, bei dem Teich hier, ne? Da war das nicht so optimal. Okay. Aber dann sollte es... Ja, ver... Verkehr... Verkehrstechnisch... Verkehrstechnisch... Ähm... Etwas besser sein. So, ach ja. Und hier... Macht ja Sinn, ne? Wenn das hier... Ah, ja, hier haben wir auf jeden Fall... Was macht denn... Was ist denn... Hier passiert. Hört das nicht hier irgendwo? Bleibt das dann da? So. Äh... 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 So, alles mal einrichten. Hätte ich vielleicht schon längst machen sollen. Dann wäre das hier, ähm... Etwas leichter für... Fahr... Äh... Für die... Für diese Verkehrs... Thematik hier. Macht natürlich Sinn, wenn die Hauptstraße... Äh... Ja, das macht auch Sinn. Macht das Sinn? Okay, vielleicht geht das hier so nicht. 60, ja... Ja, ist okay, denke ich, ne? So, man merkt schon, hier ist, äh... Auf jeden Fall... Ja, das gucke ich mir nachher mal an. Hier ist auf jeden Fall trotzdem noch sehr viel Stau. Weiß aber auch nicht, ob ich das irgendwie umgehen kann. Außer, dass wir hier die... Kann ich... Hier und hier ne Vorfahrtsstraße machen? Oder gibt's dann Probleme? Hm. Ja, hier staut sich alles. Und wieso? Dann hier nur links. Macht das Sinn? Das macht scheinbar Sinn. Das sollte den Verkehr ein bisschen schneller machen, oder? Hier vielleicht noch. Boah, ich find das cool, wenn man das anpassen kann. Ich find das toll. Geht's links und rechts. Ja, ich würde dann hier rechts bevorzugen. Nur rechts. Ich glaube, da fahren die meisten, oder? Ich denke schon. Ja. Das ist echt... Ist echt nicht so leicht. So fahren die denn jetzt alle... Hallo? 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 Ja, also wir hätten eigentlich zwei Spuren. Bin mir nicht ganz... Ganz sicher, warum die jetzt hier... Liegt vielleicht auch daran. Das hier wollte ich ändern. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall viel los. Und es staut sich hier immens. Oder wir machen hier einfach keine... Deshalb wäre da eine Einbahnstraße schon durchaus besser, ne? Wir machen hier nur geradeaus. Hier geht's einfach nicht links. Dann gucken wir mal, ob das hilft. Wir lassen es mal ein bisschen laufen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil dann spare ich schon mal ein bisschen Geld, wenn ich nicht... Kann gut sein, kann nicht gut sein. Naja, naja. War vielleicht nicht gut. War vielleicht nicht gut. Und vielleicht sollten wir auch doch die Schilder noch mal ein bisschen verändern. Wir machen hier Vorfahrtsstraßen. Ne, ich bin immer noch der Meinung, hier, die hier müssen warten. Aber es ist nicht so... Nicht so optimal, meine Lieben. Muss ich sagen. Ich finde das nicht optimal. Hat hier jemand einen Tipp für mich? Hier eine Vorfahrtsstraße. Hier Vorfahrt achten. Oder macht Sinn. Hier Vorfahrt achten. Hier eine Vorfahrtsstraße. Es ist halt... Also hier wird auch nur eine Spur genutzt. Vielleicht deshalb... Oh, mein Mikrofon. Oh je. Fast umgekippt. So, wie sieht denn hier eigentlich die Fahrsituation aus? Vielleicht liegt es auch daran... Da werden wir nur zwei Rechtsabwiegespuren. Ja, 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 ja. Hier nur rechts. Hier nur geradeaus. Geradeaus und links vielleicht. Ja, das ist gar nicht so leicht hier, liebe Leute. Liebe, liebe Leute. Ähm, mit Linksabbiegen haben die es wohl nicht so. Beide Seiten, Rechtsabbiegerspur. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Oder nicht. Hier haben wir auch... Dann machen wir hier nur die... Die zwei. Ich glaube, das macht Sinn, dass man hier nur eine Rechtsabwiegespur macht. Und kein geradeaus, sondern nur dann tatsächlich... Vielleicht doch Ampeln setzen hier. Würde vielleicht auch Sinn machen. Ich weiß es nicht. Äh, ja, das hätte ich auch gleich machen können. Hier. Die Spur nochmal. Ja, wenn man dasselbe macht, ist das schon ganz schön... Äh... Ganz schön Arbeit, ne? Wenn man das für die ganze Stadt dann umsetzen möchte. Ich kann mich da wahrscheinlich irgendwann nicht mehr dran erinnern, wann ich... Welche Spur wie... Wie Straßen sind denn das hier? Ah ja, okay. Ähm. Ampel setzen. Will ich hier ampeln? Ich glaube, ich setze hier jetzt Ampeln. Ist vielleicht echt auch nervig, aber... Hier ist doch so Hauptverkehrsthematik. Hätte ich mir sparen können. Einmal. Aber okay, hier macht es vielleicht nicht Sinn. Macht es hier Sinn? Macht hier eine Ampel Sinn? Eigentlich nicht. Eigentlich macht es hier keinen Sinn. Oder? Okidoki. Äh, und das Ganze mal von der anderen Richtung betrachtet. Weil auch hier haben wir ja das Thema mit... den Abbiegespuren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das... Ja. Ja, ja, ja. Also ich würde dann lieber links noch geradeaus nehmen und nur eine rechts. Ich glaube einfach, dass es den Verkehr etwas beruhigen könnte. Ich würde schon gerne zwei geradeausspuren lassen. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Das ist total doof, was ich hier mache. Wenn jemand mehr Ahnung hat davon, dann bitte nur raus damit. Ähm, ich teste einfach mal durch. Ich habe das auch so noch nie gemacht. Ich habe mich da auch noch nie selber drum gekümmert, sondern es immer so gelassen, wie es das Spiel vorgibt. Ich finde das aber ganz interessant, ist da mal so ein bisschen selber zu gucken. Ich finde das ja auch blöd, wenn man dann hier nicht links abbiegen kann. Warum soll das nicht gehen? Das ist ja... Klar ist das... Ähm... Aber das... Also ich finde, das macht schon Sinn. Nur hier. So. Irgendwie sieht es jetzt ein bisschen besser aus. Joa. Also hier noch so, aber das... Ich weiß nicht, ob man das noch anders... ...lösen kann. Dass die hier... Vorvergewähren. Ich glaube, das ist fast besser. Oder nicht? Hier vielleicht noch größere Straßen. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Das sind halt so Autobahnausfahrten, ne? Gibt es da noch was anderes? Nö, sieht alles gleich aus. Ja, ich weiß nicht, ob größere dann gehen, wenn die so nah aneinander sind. Gar nicht so... Das sind halt... Da gibt es wieder keine Ein... ...wann Dings... Ah ja. So was vielleicht Fahrradweg brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Aber eine vierspurige... Das macht doch vielleicht Sinn. Oder... Das macht doch vielleicht Sinn. Drei... Ne, vier Spurige schon, okay. Ne, vielleicht... Vielleicht entspannt das die Lage ein bisschen. Ui. Ja, siehste? Habt die Lage entspannt. Ne, geht doch hier nicht, aber okay. Hier an den Kreuzungen... Das ist halt... Äh... Doof, ne? Vielleicht sollten wir auch nicht alle Kreuzungen... Mit links und rechts, sondern dann vielleicht auch einfach mal... Nur geradeaus, nur jede zweite Kreuzung. Oder da rechts und geradeaus, oder so. Weißt du, was ich meine? Und dafür nicht links, sondern nur jede zweite Straße. Oh, I'll try again. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber vielleicht macht's Sinn. So Einbahnstraßen würden ja auch Sinn machen. In so Wohngebieten. Oder? Ich glaube, das würde die Sache entspannen. Ja. Ich meine, es ist nicht mehr ganz so rot. Oder? Ich glaube, es ist besser. Für keine Fußgängerwege. Sagt mal. Doch, gibt's schon. Ja, es ist halt der Eingang zur Stadt. Das ist das Einzige, wo sie rein und raus können. Muss man vielleicht auch mal gucken, ob wir das noch ein bisschen anders machen. Ähm, auch die Wege sind hier schon. Würde gerne mit Einbahnstraßen arbeiten, glaube ich. Haben wir hier schöne... Ich möchte gerne welche, die so vielleicht... Das heißt, hier können wir reinfahren, oder? Wie war das? Hier können wir reinfahren. Hier können wir reinfahren. Also, alle zweiten Straßen... Ja, genau. Ich meine, es hat Vor- und Nachteile. Ja, wir werden sehen, ob das vielleicht was bringt. Ja, hier... Würde ich tatsächlich dann lassen. Dann machen wir vielleicht noch andere Straßen, die einfach besser passen. Ja, sowas vielleicht... Macht Sinn, so... Äh... Einmal außenrum alles, so in dem... Die Hauptstraßen und so. Macht vielleicht schon Sinn. Ja, ich verbrate das Geld gleich wieder. Das kann ich gut. Äh, jo, das war nicht so gedacht. Wo kann ich denn... Wie war das hier nochmal? Ach ja. Ach ja. Ja. Genau, andersrum. Und dann auch hier entlang, natürlich. Nein, nein, nein. Die wollte ich nicht. Gibt's ja... Die Pipette, bitte. Das ist... Ne, das Haus wollte ich auch nicht nachbauen. Mensch, 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 Leute. War doch anders gedacht hier, ne? So war das gedacht. Dann können wir da nämlich auch irgendwann eine Straßenbahnbahn... Ach so, ja, die haben wir noch gar nicht. Die mache ich dann auch noch. Aber die vielleicht ein bisschen größer, die Verbindungsstraße. Hier weiß ich jetzt noch nicht. Ähm. Ja. Aber hier macht schon auch Sinn, eine Einbahnstraße zu machen. Und dann, wie gesagt, hier nochmal... Und diese Hauptverbindung... Ja. Das nervt echt ein bisschen, so wie wenn ich hier diese Seitenstraßen dann wieder... Ah. Joa. Okay. Ähm. Hier auch noch Einbahnstraßen oder hier nicht? Brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich. Oder? Wie sieht's denn hier? Verkehrstechnisch... Ja, hier ist viel los, aber das ist halt... Ich denke, ähm... Ich würde aber gerne... Ja. Ich lasse es jetzt erstmal vielleicht... Dann würde ich hier noch eine... Größere Straße auch bauen. Mit Fahrradwegen. Das finde ich ganz gut. Fahrradwege finde ich immer gut. Ja, das ist halt jetzt echt doof, weil es mir alles zerschießt hier, ne? Aber da bin ich jetzt selber schuld. Hätte ich das vorher mal so gebaut. Toll, alles neu gebaut hier. Wat soll's? I'm so sorry. Und wir müssen uns dann auf jeden Fall das alles hier angucken, weil das natürlich auch... Alles nicht mehr ganz so... Nicht mehr so schick, wie es sein sollte. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das schon wieder... Ja, das sind schon wieder... Bebaute Gebäude. Na? Also mal so ein Stück nach hinten, bitte. Gehört das? Gehört das dazu? Ja, wird schon gehen so. Der hier passt natürlich jetzt eigentlich nicht mehr so richtig rein, oder? Na, fällt aber eigentlich nicht auf. Lassen wir so. Für die restlichen Gebäude? Ich weiß auch nicht. Sieht aber alles schick aus, würde ich jetzt behaupten. Oder? Na? Das hier geht nicht ganz. Wieso geht das hier? Ach ja. Fehlt da noch die Straße zu? Okay, aber das sieht gut aus. Die Frage, ob wir hier noch... ...den Verkehr so ein bisschen regeln. Ach so, ja. Äh. Hallo? Will aber eigentlich... Will aber eigentlich... Das hätte ich jetzt gern überall. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Klingt doch gerade noch. Hm? Keine Ahnung, wieso das jetzt nicht mehr geht. Aber das geht jetzt auch so ganz schnell. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, so. Ja, das ging doch vielleicht so. Oh, wieso, wieso, wieso? Vorfahrtschilder. Oh, bis jetzt. Vorfahrtschilder. Boah, nee. Wahnsinnig. Ja, aber der setzt doch jetzt hier nichts, oder? Vielleicht auch nicht. Oh, da gibt's ja einfach. Aber jetzt muss er hier auch irgendwie... ... ... Ja, okay, seltsam. Vielleicht habe ich irgendwas verstillt, was ihm nicht gefällt. Ich weiß es nicht. Aber gut. Geldtechnisch sieht das super aus. Kaum bin ich beschäftigt und habe keine Zeit auszugeben, sieht das super aus für mich. Das finde ich toll. Nö, ich hätte dann hier gerne... Ich weiß nicht, was ich will. Was will ich? Genau, das will ich. Das will ich. Dauert das einfach länger vielleicht? Vielleicht. Und hier so. Ich finde es cool. Ich muss mal kurz gucken, wie lange... Oh, schon wieder 38 Minuten, die ich hier aufnehme. Es tut mir so leid. Sollte eigentlich nicht so lange werden. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich hier den ganzen Verkehr heute in Angriff nehme. Aber... Das macht nichts. Ich werde eventuell... Was ist denn jetzt los hier? Eventuell auch gleich noch seltsam, oder? Das ist doch seltsam. Was ist denn hier los? Was ist denn hier... Irgendwas ist doch hier mit diesen Prötzungen nicht in Ordnung, oder? Ich bin ein bisschen überfordert. Ich kann hier nichts setzen, wieso auch immer. Na gut, dann lassen wir das mal hier weg. Das ist ja auch nicht so schlimm. Hier ist alles gesetzt. Das sieht gut aus. Ja, macht auch Sinn hier. Macht keinen Sinn. Okay, äh, okay, okay. Hier vorne haben wir dann auf jeden Fall noch ein paar so Dinge, die wir ändern sollten. Ja. Hm. Achso, ja klar, weil wir hier ja, ähm, eine Einbahnstraße haben, also macht das hier schon Sinn. Okay, ja, das ist, okay, das macht schon Sinn. Aber wieso bei den anderen gar nichts geht, macht für mich nicht so viel Sinn, muss ich sagen. Aber gut. Ja, ich, äh... Die, äh, die Kreuzungen hier, die überfordern mich. Die machen mich ein bisschen wahnsinnig, tatsächlich. Sind das andere Straßen eigentlich auch nicht, oder? Sind ja auch keine? Ja, doch, jetzt. Ja, auch nicht. Aber wieso die hier, wieso... Ich versteh's nicht. Hm. Versteh's nicht. Will ich hier ein Parkverbot? Oder parken die hier? Ja. Kann man hier gar nicht... Ah, okay, hier wird geparkt, ja. Na gut, das ist, äh, Einwohner-Dings hier, das ist mir tatsächlich egal. An den Hauptstraßen wäre es jetzt ungünstig, aber sonst ist es tatsächlich egal. Hier würde ich das Parken auch nicht gewähren. Da finde ich's... Da würde ich's nicht machen. Da macht's, äh, Sinn, wenn hier die Straßen frei bleiben. Und, aber in den, an den, ähm, ja, bei den Wohngebieten hier, da ist das schon okay. Da fahren ja in der Regel auch nur die Leute, die hier auch wohnen. Hier ist überall ohnehin... Ah ja. Ne, das ist auch wieder ohne Straße, das ist schon okay. Das ist okay, so. Und ansonsten, gut, hier soll's auch irgendwie klar sein. Kann man meinetwegen hier parken, weil hier ein Geschäft ist. Kann man so lassen. Aber ansonsten macht's natürlich... ...nicht so viel Sinn. Auch hier überall macht's keinen Sinn. Oder? Macht nicht Sinn. Wie über kann man das hier nicht, äh... Geht das nicht schneller? No, no. Boah, wie lang geht denn die Straße? Hatte ich die schon so weit gemacht? Das war nicht... Äh... Ah ja, okay. Ne, das geht. Hab ich's ja schon. Joa. Fast eine halbe Million gespart. Angespart. Verdient. Wie auch immer. Äh, einfach nur, weil ich nichts ausgegeben hab. Ich sollte öfter Verkehr machen. Das ist wahrscheinlich für euch furchtbar langweilig. Aber, ähm, sehr gut für mein Spiel-Erlebnis. Finde ich. Joa, okay. Da kann man's meinetwegen auch lassen. Ja. Lassen. Ist okay, so. Ähm, ja. Äh, die Straßen hier... Also, wenn ihr ne Ahnung habt, wieso und warum mich diese Kreuzungen nicht so gerne mögen, könnt ihr mir gerne sagen, irgendwas ist hier... Ist das die Straßen? Nicht das... Seltsam. Oder ist das doch seltsam? Das ergibt nämlich einfach nicht so viel Sinn. Wieso und warum das so... Hm. Da passen auch die Kreuzungen nicht. Wenn ich das nochmal wegmache, um mal hier Pause, das ist hier nicht alles völlig... Ich will ja nicht, dass die ganzen Wohngebiete hier weg sind. Und jetzt hätte ich gerne Straßen hier. Ja, und die hier? Ja, jetzt, da... Irgendwas hat da bei den Straßen nicht gepasst. Oder? Ja, oh, scheiße. Trotzdem alles weg, das tut mir so leid. Na gut. Aber jetzt ist das hier wieder... Ich will ja fast stoppen. Ja, okay. Egal. Lassen wir es mal so. Hier muss neu gebaut werden, oder muss ich hier erst noch... Oh, meine Maus ist heute schon wieder... Ja, okay. Okay, okay, okay. Alles wieder neu. Äh, jo, Strom. Was haben wir denn hier? Geothermiekraftwerk. Keine Verschmutzung. Bauen wir sowas? Wollen wir sowas bauen? Was haben wir hier noch? Modernes Kohlekraftwerk. Nö, ich finde das aber... Aber wie sieht's hier aus? Hier wäre die Lärmbelästigung besser, wobei uns das ja hier egal sein kann. Was ist das denn hier hin? Irgendwo, wo ich, ähm... Wo würde ich das denn haben wollen? Aber eigentlich passt hier überall hin. Oder? Fahren wir hier hin? Jupp. Sieht gut aus. Hippie. Hippie, hippie, hippie. Okay. Äh, ich beende das für heute. Bevor ich hier noch, äh... In die Ewigkeit versinke. Es ist sowieso schon viel zu lange. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich werde natürlich versuchen, jetzt wieder regelmäßig Videos hochzuladen. Und dann auch hoffentlich bald City Skylines 2. Ich bin sehr gespannt. Muss mich da mal auf den neuesten Stand bringen. Und ja, ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann. Ciao.